1925. Das ist es doch, oder? Hat sogar ein Hybrid. Ich kann elektrisch fahren. Kaltstarter brauche ich nicht. Handgas ist runter und ich drücke jetzt unten auf den Knopf und jetzt geht's los. Gut, den habe ich erkocht und ich habe noch mit Textilien auch noch gearbeitet. Ich habe beides gemacht. Ich habe so viel gearbeitet und in den 70er Jahren wollte kein Mensch schon ein Auto haben. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020